Wearables sind ja derzeit in aller Munde und deshalb haben wir uns für unsere Telekom-Netztour, die wir ja auf Fahrrädern zurücklegen werden, diese Prototypen besorgt. Das sind Fitness-T-Shirts, die uns das Innovation Center der T-Systems zur Verfügung gestellt hat. Und das T-Shirt misst per Sensoren, die hier sitzen, biometrische Daten aus, wie Puls und Kalorienverbrauch und übermittelt sie per Handy an eine App. Und die Daten kann man dann selber analysieren oder man kann sie weiterschicken. Wir haben einen Trainer, der uns dabei helfen wird, diese Daten zu analysieren. Die Einheit blinkt dann auch ganz schön, wenn man sie anschaltet. Abnehmen kann man sie deshalb, damit man das T-Shirt dann mit der Hand waschen kann. Die Tour findet vom 25. bis 29. Juli statt. Wir werden über YouTube, Facebook, Twitter, Blog über die Tour berichten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns dabei verfolgt und uns auch immer wieder Tipps gebt, was man sich in dieser Gegend angucken kann und was ihr euch vielleicht sonst noch wünscht. Weil wir werden ein paar Telekom-Stationen abfahren. Wir werden Leuten beim Spleißen zugucken. Wir werden einen Fernmeldeturm besuchen. Aber wir würden auch gerne darauf reagieren, welche Tipps und Wünsche ihr noch habt. Und dazu könnt ihr jederzeit dann die Kommentarfunktion unterhalb des Videos nutzen.